Ton angebend, trompetet mein Wort allein, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 19. Juli 2010 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für eine Schwester in Christus und für all jene, die Ohren haben, um zu hören. Das folgende wurde vor den Herrn getragen für eine Schwester in Christus. Sie sagte, ich habe darüber nachgedacht, die Seiten meines Tracks mit etwas wie Adoption ist die liebende Alternative zu bekleben. Ich habe jedoch weder ein Ja noch ein Nein gehört. Der Grund, warum ich euch dies frage, ist, weil ich nicht von dem entziehen möchte, was schon auf der Heckklappe meines Tracks ist. Ein Schild mit der Trumpet Call Webseite. Das sagt der Herr. Betreffend dem Hinweis, mit welchem du mein Wort trompetet hast, vor den Augen dieser gottlosen Generation, sage ich dies. Lenke nicht davon ab, lass es allein stehen. Lenke nicht davon ab, denn mein Wort ist Feuer. Jeder meiner Briefe eliminiert den Unrat. Schau, durch diese Bände, the Volumes, werde ich all diese schiefen Wege begradigen, denn ich bin der Herr und ich ändere nicht. Deshalb lass die Trompete laut geblasen werden. Lass den Ruf zur Busse hinausgehen und die Ankündigung gemacht sein, denn ich habe eine Flagge gehesst für alle Nationen. Ich habe einen Standard gesetzt für diese schlafende Generation. Ein heller und leuchtender Laternenpfahl für meine Leute. Ein Licht und die Herrlichkeit dessen soll nicht gemindert werden, sondern sie soll nur ansteigen durch verschiedene Massnahmen. Ich bin der Herr. Deshalb, Geliebte, deine Absichten sind schön und gut und die Absicht deines Herzens, was diese Sache betrifft, ist dem Herrn wohlgefällig. Doch noch einmal sage ich zu dir, Trompete nur mein Wort. Ist denn in meinem Wort diese Sache nicht ans Licht gebracht? Und jene, die meine Worte umarmen, betreffend Abtreibung, werden sie nicht Busse tun und das Leben wählen? Und jene, die meine Worte zurückweisen und meine Geschenke zerstören, haben sie nicht den Tod gewählt? Schau, eine doppelte Portion Zorn ist für sie reserviert, um noch einmal doppelt für alle, die ablehnen Busse zu tun und ihre Fäuste in Richtung Himmel schütteln, sagt der Herr. Deshalb sage ich noch einmal zu euch, Trompete nur mein Wort. Lenkt den Betrachter nicht ab. Denn das, was zuerst sein muss, ist zuerst. Und das, was ich gesprochen habe, zu dieser Generation, ist über alles andere gesetzt, sogar über die Gräueltaten der Menschen. Schaut, es wird sie sicherlich vernichten am Tag des Zornes Gottes. Also warnt sie vor mir, denn ich komme tatsächlich rasch. Geliebte, die Kleinen waren immer mein und sind mit mir, wo ich bin. Deshalb lasst die Trompete für jene, die in den Tod gehen, für jene, welche die breite Strasse entlang schreiten, denn ihre Zerstörung kommt nahe. Denn sie haben sich nicht von ihren bösen Taten entfernt, noch schauen sie zurück. Sie machen weiter mit der ungerechten Ausbeute. Sie tragen es auf dem Rücken der Armen aus und sie brechen den Rücken der Bedürftigen, während sie die Unschuldigen scharenweise abschlachten. Deshalb ist meine Empörung hervorgerufen gegen die Generation meines Zorns. Meine Wut ist hervorgekommen wie ein Feuer und es wird brennen. Schaut, es wird nicht gelöscht sein, bis ich dem ein komplettes Ende bereitet habe. Deshalb sage ich noch einmal, trompetet meine Worte laut auf jede Art der Kommunikation und über die Geränte und warnt sie von mir. Geliebte, vertraut sie alle meinen Händen an, denn ich bin der Herr, der eine, der sieht, der eine, der weiss. Und ihr habt es gemacht. Und wer hat es gemacht. Und wer hat es gemacht. Und wer hat es mirkt. Und wer hat es mir so ganz alt. die Nein hat es mir jetzt Lehrer und ich bin der Herr. Untertitelung des ZDF, 2020